Okay, dann lass ein Kill-Duell machen. Okay, komm. Wenn du mehr Kills machst wie ich, kriegst du ein Geschenk. Okay. Denkst du, das kriegst du hin? Easy. Aber du bist grad mal, Bro, Platin, 3. Du auch? Ja, aber ich bin in anderen Modis, Unreal. Ja, ich auch. Welchen denn? Reload. Reload ist ja viel Loops, Bro. Und Müllbau noch? Das stimmt, ja. Ja. Ich hab schon mal den ersten Kill und du? Nee, ich noch nicht. Das ist crazy. Ja. Also bin ich jetzt quasi vorne. Nee. Nee. Das ist so, dass es geht. Komm, System. Du. Vom rein hier, Alter. Vom ran hier, Alter. Vom ran hier, Alter. Machst du eigentlich noch den Brawl Stars quatsch da? Oder was? Oh Gott, ich sterbe. Ah, nee. Oh, Mann, ist der abgesafed. Wusste ich gar nicht, Leute. Ich dachte immer, es ist down direkt. Jo, das war sogar ein Fan von dir, Bro. Der hieß Jo, Jo, Jo. Keiner mit. Bro, hab ich gefängt, hab ich gefängt. Schade, hast du mir die Waffe closed. Willst du dir? Nö. Brolstar, wie findest du Brolstars? Scheiße. Warum? Weil. Kennst du System, den YouTuber? Äh, nee. Das ist ein Brawl Stars. Kennst du Lukas Brawl Stars? Äh, ja. Wie findest du den? Scheiße. Warum? Einfach Scheiße. Hm. Aber da musst du ja was besonderes Scheiße an ihm finden. Ja. Und das wär? Seine Art. Bro, du bist nicht down. Nee. Bro, er hat wirklich real Rap 1 AP. Oh my god. Easy. Was ist der Werse? Was ist der Werse? der ist schon aber mit kieler sieht sich gut aus alter da kracht ganz schön bei dir war statement ich glaube das killduell gewinne ich leute ja wir sind kalt ist fein diese kohle 23 redest du nicht mehr ich war auch stumm sorry killduell sieht nicht gut aus ja statement ist noch lange okay also sagts comeback ist drin oder was naja ich habe die schon sie macht keinen bock auf brawl stars rollstarts auf die null leider ich hab schon brotts gespielt ja brotts das war schon bock ist so schlecht schlechte spiele was geht das ist meine küsse wirst du mich das voll übersteuert ja alter immer noch nicht ja geht ja ja hallo ja geht geht ja besser so also das korte spart was wir nicht mehr kommen ist gott und ist gut okay kom 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 ich ziehe ich live- channel da wo ist denn er hat der rang hier auf der Scorpe geh mal tork1 und dann ziehe ich dich Okay, okay, warte. Talk 1, äh, hier, ja. Talk 1, jetzt zieh ich dich. Ich bin dritter. Geil. So, jetzt müsste passen. Ja, jetzt ist es besser, jetzt ist es besser. Gut, naja, ich weiß auch nicht, warum. Ich hab das irgendwie ein bisschen blöd eingestellt hier, glaube ich, mit meinem dualen Setup. Ist halt echt dumm, keine Ahnung. Du tryst grad hier, was sagst du zum Cup? Statement zum Cup? Bro, ich sag dir, wie es ist. Es ist eine Katastrophe bei mir gewesen. Ich glaube, die erste Runde war geil. Und dann die anderen acht Runden mega schlecht gewesen. Letzte Runde, glaube ich, noch mal acht Kills und übel Punkte raus. Gut, ich glaube, 90 Punkte in der letzten Runde. Aber die ganze Runde in der Mitte ist schlimm bei dir. Auch Katastrophe, Bro, ich sag dir ehrlich. Also, das Problem ist, mein Mate hatte 200 Ping die ganze Zeit. Ja. Aber der ist halt echt cracked, aber mit 200 Ping kannst du halt nichts machen, ne? Nee, aber ich hab gehört, ich hab mit einem Kollegen gespielt, der hat gesagt, mit dem, mit dem du gespielt hast, der soll richtig gut gewesen sein. Ja, Bro, er ist auch übelst cracked, ich sag dir ehrlich. Hat der Earnings? Ja, ja, der hat auch Earnings. Okay, wie viel? Äh, ich glaube 600 hat er gesagt oder so. Aber der ist jetzt quasi so im Kommen gerade, weißt du? Das ist so der nächste krasse Pro. Ja, ich hab das direkt... Ja, ich hab auch einen gespielt, der hat auch 300 gehabt. Ich hab das heute schon... Aber machst du Kill-Duell jetzt gerade da oder wie? Boah, der Rentner hier, den ziehst du auch Pro mit Dings ab. Was? Bro, er redet einfach so viel, ist er gar nicht richtig gespielt. Aber 8 Kills ist crazy, ja? Bist du schon Unreal hier im Bauen? Nee, nee, gar nicht. Ich bin, glaube ich, jetzt gerade... Welchen Rang habe ich? Elite. Aber ich spiele auch fast nie. Deswegen. Also so Rang, ne? Hä, was zockst du denn? Was zockst du denn die ganze Zeit? Boah, ich spiele die ganze Zeit Solo-Wendern, so ganz normal. Weil Rang ist voll sweaty, die sind alle im Busch am Campen und so. Kriegst du da nicht einen Anfall? Hier geht's eigentlich, Bro. Bro, guck mal, er will hier flexen mit Loser... Er hat nicht mal Loser-Skin, Bro. Er hat nicht mal Loser-Emote hier, der Typ. Bro, er kann nicht mal Loser-Emote machen. Er macht den Fake-Emote, Loser-Emote. Oh mein Gott. Das is crazy, ne? Der muss mit dieser neuen Gitarre kommen. Den Gitarren-Emote machen jetzt auch immer für die, die kein Loser-Dance haben. Dieser Gitarren-Emote? Welcher war denn das? Ich zeig dir den gleich. Der ist vom Festival irgendwie. Den hast du durch Festival-Pass, glaube ich, bekommen. Oder ich weiß auch nicht. Da gibt's jetzt so ein Festival-Shop-Sektion, wo man so Geschichten kaufen kann. Schlagzeug, Instrumente-Emote und sowas. Genau da ist dabei gewesen. Ja, aber das krasse ist ja eh, weil wir YouTuber sind, wir können uns auch den Skin einfach kaufen. Wir müssen den grad nicht erspielen, Leute. Ich hol mir den einfach im Shop. Die 30 Euro geb ich doch gerne aus. Ja, sorry. Wie viele Skins hast du jetzt? Wie viele Skins hast du jetzt? Oh mein Gott. Er fragt genauso wie ich. Ich glaube, ich hab jetzt gerade, warte. Ja, du hast, du hast glaube ich 30, 40 Skins mehr. Ich bin bei 1831. Ja, ich hab, also ich hab 1880, aber aktuell hab ich nur 1870, weil ich hab Crew-Bandle euch eingelöst auf Xbox, weißt du? Ah, ja. Deswegen muss ich mich mal wieder auf Xbox einloggen, da hab ich die restlichen Skins eingelöst. Hast du schon gehört? Was denn? Da kommt ein neuer Exclusive-Skin für die Playstation. Ja, ja. Aber den kannst du ja auch holen. Ja, ja. Den save save. Aber ich find, der sieht nicht so cool aus. Kennst du Indigo Kunja? Ja, ja. Ich kenn den. Also ich find, der sieht echt nicht gut aus. Wenn die den reingebracht hätten, ne? Mit der Playstation. Die wären, die hätten so viel Umsatz gemacht. Ach, den Classic meinst du quasi? Ja, ja. Den Kunja-Skin in blau von dem Playstation Cup, weil der ja übertrieben selten ist. Ist ja ein Playstation-Skin, aber ist von einem Cup. Wenn die den als Cool rein gebracht hätten, so. Stimmt. Ach, den gab's nur im Playstation Cup, ne, damals? Ja, ja, genau. Und die haben die nie im Shop rein gebracht. Ja, nie. Ich frag mich auch, ob die den noch reinbringen, aber ich glaub, den bringen die nicht mehr rein. Der ist echt wirklich nur für Cup gewesen. Oh, crazy. Das ist auch der einzige Skin, ne? Es gibt keinen anderen Skin, den man irgendwie, ja außer als Apple-Skin, aber 50 Punkte holen war ja jetzt für jeden easy, ne? Stimmt, ja. Aber Apple-Skin ist mittlerweile auch echt selten geworden. Ja, das stimmt auf jeden Fall, ja. Hier auch von MrBeast der Gleiter, der hunderttausendmal rausgegeben worden ist. Hast du dir den auch geholt? Nee, der hab ich mir nicht geholt, Bro. Hast du nicht geholt? Ja, ich auch nicht. Bro, er klaut mir alle Kills, ich rieb durch hier, Alter. Ja komm, gib Gas, ich guck grad zu. Das schaffste. Oh, jo! Nein, der klaut wieder, Digger. Oh mein Gott. Ja, der klaut alles, Bro. Okay, halt nicht. Ach du, spielst du im Duos gerade? Ja, ja, ja. Ah, okay. Okay, 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 okay. Bro! Oh mein Gott. Ich seh schon. Du bist richtig am strugglen. Ich sag dir ehrlich, monatisch bist du so, der größte Mühe, aber ich spiel ihn nicht mehr. Ja, Digga, er kommt da von weiter rein. Ja, wie viel Verzögerung hast du im Stream? Fünf Sekunden bestimmt, oder? Ja, ja, ja. Gar nicht so viel. Gar nicht so viel. Aber erst mal. Ja, komm, lass auch noch ne Runde rein gehen. Boah, aber kommen viele mit, ne? Ah, ich hab ja eigentlich guten Drop. Oh, bei mir ist direkt gefecht. Wo bist du überhaupt? Äh, ich bin in der Mitte. Oh mein Gott, okay. Geh, geh. Ja, aber ich glaub, warte, ich brauch nur ne Pump. Dann geht's eigentlich, warte. Die sind hier alle gerade gut gesplittet so. Ich kann dir gleich helfen. Ich hab auch noch Splashes. Achso, du bist... Oh mein Gott, du bist ja komplett weit weg. Nee, nee, ich komm jetzt, ich komm jetzt. Okay, 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 okay. Aber alles easy, alles easy. Ich kann von oben gleich Pressure machen. Okay, 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 okay. Ich glaub, ich hab schon einen. Ja, ich hab einen. Hä? Was? Das war ein Elite-Spieler? Der ist voll schlecht gewesen. Oh mein Gott. Ja, das ist Zeit für uns auf Unreal. Ehrlich. Ich glaub, die Runde wird's. Du bist dann jetzt gleich Diamant und ich Champion, ne? Bist du kurz noch Champion? Nee, nee, ich brauch noch ein bisschen. Ich glaub, 30, 40 Prozent maximal. Sind da noch welche? Ja, ich glaub, hier sind noch ein paar Stück. Ich hab keine Pump, gerne mal. Ich hab immer noch keine Pump gefunden. Findest du auch momentan einen Pump so selten? Bei mir unnormal, ich find die fast nie. Geh jetzt. Keine Ahnung. Jojo, da vorne, da vorne. Sind zwei Stück, ne? Oh, ein. Oh mein Gott, warte! Ja, ich glaub, da sind alle schon crack. Dark? Hier unter mir. Ist es 25 nochmal, Bro? Crazy. Ich hab einen. Darfst du? Ja, oben ist noch einer. Warte, ich hab keine Mets mehr. Warte, ich kann ein bisschen geben. Ich komm rüber. Ja, 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 ich komm rüber. Ich komm rüber. Ja? Ja, ja. Ich komm rüber. holen wir machen ernst ja ich muss kurz hier nochmal ich bin zu gierig ich hab gar nichts ja ich sag also ungelogen also das ist jetzt wirklich pro wie viele leute sind überhaupt gelandet ich glaube ich habe jetzt gerade schon zwei ganz gemacht jetzt kommen wir noch zwei andere davor nicht sie den blöd ist immer mit der partner er haut jetzt ab ich hol jetzt gleich seine karte jetzt meter ich habe nur noch vier bildings so deswegen ja ach da sind auch noch welche ich glaube sie sind auch weg oh mein gott ja bro let's go digger oh mein gott du bist der beste du bist der beste habe ich jetzt auch nicht gedacht tschuldig direkt hier vorne hoch junge ja war die maschine oder nach ist gut gewesen wenn ich direkt hoch ich lasse ja auch direkt zwei minis hier liegen ja aber ich glaube ist noch nicht so wirklich gut gelootet hier in mount olympus du kriegst eigentlich noch gut hier ein paar chests boah der typ ist jetzt auch dreimal gestorben dreimal wiederbelebt und dreimal ist er gestorben willst du minis ich lass dir liegen ja komm hol dir ich geb dir auch munition hier ne ich lass nicht den modus an ich sag ehrlich leute ich muss nur was anderes einstellen später aber so läuft es gerade echt gut also ich habe keinen lags mehr was das ding ich habe halt auch komischerweise hatte ich einfach microlags heute gehabt nie gehabt heute einfach microlags ich glaube da oben ist noch einer müsste er kämpft hier safe irgendwo ist der spielst du eigentlich diese gewehre hier gar nicht ne ich ja nicht ja die feinden darum ja 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 sagst du reingehen brauchst du ein paar märz ich gebe dir ach du machst du okay ich nehme mal ein bisschen mit let's go dann die der pusher geht hier rein aber und er sieht so aus aber ich glaube wir kommen auch gar nicht hoch da gibt es ja auch keine seilbahn oder sowas doch hier ist gewohnt so cool ich dieses hochhangeln irgendwie finde und so dieses rennen und sowas ich fand es früher irgendwie besser wenn man wo man nicht rennen konnte und so keine ahnung ja deswegen so jetzt ist so ein bisschen auf krampf aber ich glaube für die kinder ist es halt krass weil es weg ist ja es ist noch ein paar minis falls du brauchst ja die sind bestimmt hier irgendwo kummer oder die sind links rübergegangen ja hast du noch wie nennst du das denn bis normal fest ja weiß ich nicht kennst du robbiebubble ja oder das ist mega ich bin das immer so keine ahnung so wollen wir warte mal wir könnten bunker gehen ja warte ich glaube der bunker ist hier 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 ach hier ne ja ich hatte letztes mal ein bunker normalerweise da sind welche unten ah jo ja komm bro hey die kriegen wir hier einer ist crack oh gott brauche ich auch crack tsch 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 diesen bro easy wirklich oh ok doch nicht der hat monarchpistole ok doch nicht ja spray bisschen drauf ich geh direkt rein warte wenn ich die beiden hole dann krieg ich von dir ne emote ok das ding ist hinter mir kommen jetzt auch noch welche ach so ja ok die sind gut aber das war's aber das war's ich habe ich geholt nein 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 ach so du hast auch oh mein gott bro du schaffst dass ich glaube an dich kommen ich habe keine mats mehr ich habe keine mats mehr hast du nur 5 buildings nicht sehe ja jetzt hast nichts mehr shit hast du alles richtig gemacht erst mal ein abstarter erst mal durchziehen leute richtig oh mein gott immer dieses mats problem weißt du was ich mich frage warum hat epic games 3000 materials weg gemacht ich check's auch nicht also wenn du immer die ganze zeit farm sollst wahrscheinlich schlau einsetzen sollst oder so ja sagste ja ok macht schon sinn ne guck mal die spiele sogar auf links auf forecast karte hier ja was ist das eigentlich für ein bad bling äh logo alarmer oder so heißt das ah na ja ich glaube ich glaube karte wird schwer da sind glaube ich zwei drei teams das soll ich auch reload modus boah ich spiel den sogar eigentlich lieber ja ich spiel den auch gerne keine ahnung weil da hast du auch genug loot so weißt du hier gehst manchmal auf die suche und findest nix und im reload hast du immer direkt aber ich habe irgendwie den eindruck wenn du ein reload mit äh ne mythische scar oder mit ne normalen scar oder ne m4 so durchlaserst dass die schüsse irgendwie besser connecten weißt du wie ich mein ja 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 ah guck mal da sind die gehen die weiter oder gehen die jetzt im bunker rein ja die warten bestimmt wann kommt denn der mit der ja sohn dauert noch ich glaub zwei drei sohn's dann geht der erst auf ja die kommen jetzt zu dir die wanne aus guck dir die an wie die hier so angelaufen kommen ja 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 so ne stream sniper gehen nicht mal im bunker rein mal gucken ob die wissen wenn die wissen dann ja und da oder oder nicht jawohl hier So einmal noch mal kurz reingelurkt in den Busch, mhm. Weiß ich nicht. Crazy. War da noch ein Ding? Mad Kid, ich glaube nicht. Also bei mir, weiß ich nicht. Ja, wenn Lars, ist egal. Muss nicht sein. Da unten ist noch eine Chase, vielleicht kommt da ja was Gutes raus. Ich muss die Dings umstellen, Leute. Ah, okay, easy. A Bandarges? A Bandarge kann ich Bunker gehen, weißt du? Ja. Du hast auch Level gekauft, glaube ich, ne? Kompletto, den Battle Pass. Ja, ja, safe, immer. Immer, immer. Du auch, oder? Weißt du, was ich momentan feiere? Es ist, glaube ich, gestern noch, oder ne, vorgestern habe ich da schon auf TikTok gesehen gehabt. Ach so, ja, ja. Ja, ich will auch gar nicht dazu viel sagen, so. Die machen da die ganze Zeit die Dings an, Leute. Ja, ja. Die Videos. Jungs, das geht gerade so viral auf TikTok. Ich sehe da irgendwie so Videos mit irgendwie, keine Ahnung, 500.000 Klicks und so. Ab geht da! Ja, Mad Kid. Okay. Wenn da irgendwelche Leute heulen, dann ab geht's! Ja, ja. Mega. Was? Willst du noch Bunker? Der Bunker geht nicht auf. Hä? 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 Ja, ich glaube, mit der nächsten Zone erst. Aber ne, ach so. Hä? Ne, die sind schon auf die Bunker, oder? Echt? Hä, Leute? Ist das, weil ich die... Ach doch, hast recht. Hä, das war, weil ich die Grafik vielleicht runtergestellt habe, oder? Das war jetzt... Ich hab das auch manchmal. Wenn die Ketten auf dem Bunker drauf sind, dann sind die ja normalerweise close. Wenn die weg sind, gehen die auf. Komisch, ne? Komisch, ja. Ist eigentlich offen. Oh my God, dacke. Wrong. Jetzt schön mit der grauen Pistole reingehen. Epischen Sieg holen wir noch, oder nicht? Locker. Easy clap. Nein, das ist normal als Fortnite geändert. Wie? Sieht man die Ketten jetzt nicht mehr, oder was? Hä? Crazy. Wie? So real jetzt? Ach, die Lampe ist nicht drauf. Aber man sieht die Ketten. Hä? Ich hab doch gar keine Ketten gesehen, Leute. Wo waren denn da gerade Ketten gewesen? Liegt dann in der Grafik, okay. Ich hab auch keine gesehen. Ja, aber du hast ja nicht... Ja, Leute, das war Bug, oder so. Oh, bei mir ist einer. Ach so, du bist ja ganz weit weg. Warte. Ich komm zu dir, ich komm zu dir. Oh, ich glaub, ich bin dead. Easy, ich kann dich nochmal holen, zu Not. Sind das die beiden wieder? Ja, ja. Ich hab nur Pistole. Ja, warte ich auch. Einer hat Schick Crack. Ja. Oh. Stani hat mich im Rucksack. Naja, ich glaub nicht. Stani hat mich im Rucksack. Naja, ich glaub nicht. Aber sieht gut aus. Aber sieht gut aus. Wir haben 4 Kills insgesamt gemacht. 23 Gegner noch am Leben. Wir haben 4 Kills gemacht. Ich hab nicht 1 Kill gemacht. Duuuu. Aber wir sind ja ein Duo. So. In der letzten Runde vom Cup jetzt gerade eben, hatte ich auch glaube ich 6, 7 Kills gemacht. So. Von 200 auf 280 Punkte hoch. Wie viele Punkte hatte die am Ende des Tages? Ich glaub auch 220, ne? Ich glaub, ich glaube 2... Oder Leute, wie hatten wir gehabt? 260. 260 sogar, glaub ich. Boah, krass. Ja, wie viel Punkte hat man gebraucht, um Skin zu bekommen? 320. 320. Oh mein Gott. Wir hätten das eigentlich auch schaffen können. Wirklich. Ist machbar gewesen. Ja, es war schon machbar safe. Aber war schon auch nicht so einfach. Aber du hast auch glaube ich schon ein paar Skin Cups gehabt, wo du den Skin dann bekommen hast, ne? 3, 4 Stück. Ja, 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 ja. Kennst du dich noch damals an die 221 hatten wir? Ah, ok. Kannst du dich noch an den Lachla... Ne, an den... Boah, das war der geilste Cup überhaupt. Das war der... Auch Venom Cup. Das konntest du Venom-Skin freischalten. Das war dieser mit den Superhelden-Fähigkeiten. Ja, ja, ja. Weiß ich noch. Der war krank. Der war geil. Das war mein Urteil im Federal Cup. Ich hab mir mal damals diesen, ähm... Der so zum Affen mutieren kann. Dieser junge Bursche. Der kann sich so verwandeln und dann wirst du auch... Mal zu so einem grünen Affen. Ah. Hä? Ja, da war auch mal ein Skin Cup. Aber das ist so ein Skin von Fortnite. Also ist jetzt nicht irgendwie eine Kooperation oder sowas. Ist auch, glaub ich, 2020 oder 2021 gewesen. Ja, 21, glaub ich. Den hab ich mir auch gesneakt. Weiß ich auch nicht. Aber das ist der einzige Skin Cup, den ich gewonnen hab. Weil ich einfach schlecht bin. Weil ich einfach schlecht bin. Ja, mittlerweile... Die Sven da echt gut drauf. Ah, boah. Der Lachland Cup, der war auch crazy. Mit Pickaxe, Bro. Ja, ja. Entschuld' ich mal hier. Stark. Okay, ich push jetzt gar nichts. Ich lauf jetzt einfach mit dir erstmal rum. Ah, der Beast Boy. Ah, ja, ja. Stimmt, der Beast Boy. Der war auch krass gewesen. Safe. Oh, strong. Brody, komm direkt her. Echt jetzt? Hast du Schitte gesehen? Ja, ja. Ja, tatsächlich. Brody, werde ich so reporten. Ja, Digga. Ist ja unfassbar, ne? Ohne Spaß. Wie schlecht. Ja, was soll ich machen? Oh mein Gott. Okay, wenn du mehr Kills machst wie ich, schenke ich dir einen Skin. Okay, okay. Ich denke, aber du hast doch ja alles aus der Item schafft. Ja, eigentlich schon, ja. Na ja, alles easy. Da muss dir jemand aus deinem Stream ein Emojang und adden. Okay. Okay. Ja, Digga, er hat schon direkt Pump. Ach so, wir sind im No-Build. Ja, No-Build. Du nimmst mich hoch. Du nimmst mich hoch. Ich weiß jetzt schon. Ich bin aber Dings hier auch im Build. Unreal. Glauben wir, das sind auch richtige Schützer. Aber ich habe gehört, Reload soll einfacher sein, ne? Also auch schwer, aber einfacher als normal, ähm, ranked. Ja, ja, safe, safe, safe. Viel einfacher. Sagst du, Solo gegen Duo reingehen am Anfang, unranked, möglich? Oder denkst du, ne, wie schön. Ja? Also hier finde ich eigentlich auch chillig. Hier ist eigentlich auch chillig. Ja. Pump hast du bestimmt schon, ne? Nö. MP reicht. Ja, aber noch nicht. MP reicht einfach rein da, Leute, ey. Ich habe hier die Hammer, wenn du willst, hier, Hammer grün. Boah, die würde ich direkt sneaken. Hier. Stark. Hä? Oh mein Gott. Ohne Pump geht hier gar nichts. Da pushe ich auch nichts. Pick aber keine. Hast du den? Hast du den? Da hast du schon den ersten Kill. Oh. Oh, ich habe aber jetzt eine goldene MP gefunden. Die P90. Oh, oh. Das könnte gefährlich werden. Höhe. Warte. Da vorne rechts waren, glaube ich, ein paar Stück, ne? Ja, ja. Hier irgendwo. Kommt raus. Hallo? Da fliegt einer. Ja, der spielt jetzt aber schlecht. Ah. Weißt du, welches meine absolute Lieblings-AR ist? Oh mein Gott. Okay, du hast verloren. Was hast du gefunden? Goldene Donnerschrotflinte. Okay, das war's. Das war's, Leute. Das war's. Weißt du, welche die beste AR ist? Hier im Dings? Im Reload? Ja, allgemein in Fortnite. Sack. Infanterie-Gewehr. Ja, safe. Jawoll. Das war's. Das war's. Ja, Digger. Oh mein Gott. Ach, wir haben die schon ausgenommen, ne? Das ist so crazy. Das ist so crazy. Die gucken aber zu. Hier ist noch eine Take. Nimmst du die? Äh... Nö. Echt nicht? Ich hab doch die Donner, Bro. Ja, ich spiel die auch lieber. Deswegen. Ich hab gedacht, du bist so der Tag-Spieler. Da oben. Ja, Tag ist geil. Ich spiel die auch. John Strong so. Da sind auch welche, pass auf. Auf der rechten Seite sind auch noch welche. Ja, da vorne. Ja. Chillcrack. Boah, er hat nur noch ein Leben. Da oben sind auch welche, die sind richtig viele. Ja. Die campen dann in der Testenbogen, ne? Ja. Ja, ja. Hier vorne, Bro. Ich muss kurz nochmal zurück. Ja. Ja. Oh. Ja, pass auf. Aber... Ich hab mich vertippt, aber ist egal. Ich probier die jetzt beide zu holen. Oh, die holen sich wirklich hier die Biggies alle, ey. Oh, GG. Gold, gold. 2-2 gerade, ne? 2-2 gerade. 2-2 gerade. 2-2 gerade. Boom. Ja, ich krieg natürlich einen Snipe. Ist okay. Ist okay. Okay. Ah, der Sniper ist hier auch drinnen im... Ja, ja. Oh, pass auf, da hinten ist einer, ne? Der könnte dich treffen. Da sind noch ein paar Impulsis. Nimmst du die mit? Ich werfe direkt Splashes, Bro. Oh, Bro, es ist direkt vorbei. Es ist direkt vorbei. Hau ab. Okay, okay, okay. Leute, er ist ja vorbeigelaufen. Nice, danke. Ein Splashy nochmal rein hier. So, wen können wir denn hier als nächstes pushen? Ich sehe da vorne einen, den hole ich mir jetzt. Er ist crack. Team ist auch crack. Team ist one. Der eine hat nur noch wirklich super wenig Leben. Ja, ja. Den lass ich jetzt auch nicht entkommen. Zack, hab ich geholt. Hält das? Was? Das ist ein Unreal-Spieler gewesen? Echt jetzt? Hä? Was sind das für Lobbys? Oh, hier geht's ab. Crazy. No bit easy. Glaubt, der Win ist auf jeden Fall drinnen. Für uns. Ich bin nochmal gespannt, wie viele EP ich dann... Äh, wie viele Prozente ich gleich bekomme wegen erster Runde und so. Ich sag nicht viele, 200 maximal. Echt? Ja, ja. Ist immer so. Guck mal eben kurz, ob hier noch ein paar Impulses sind. Ne, hier ist gar nichts. Ist natürlich schlecht. Auch kein Mad-Kid. Hier ist mein Kid. Ja, ich komm rüber. Ja. Ja. Sagst du Tilted reingehen? Yes. Ja, ich glaub oben auf Tower ist einer. Ja. Ja, ja, da ist einer, Bro. Der haut jetzt nach links ab. Ach, da ist Mad-Kid. Jo, gönn ich mir direkt. Wie findest du eigentlich diese Holzflock-Schrotflinte von Halloween? Spielst du die bestimmt überhaupt gar nicht, ne? Boah, ich... Also wenn du triffst, ist die krass, aber wenn du dich triffst, dann ist halt over. Ich find die auch überhaupt nicht gut. Ich glaub ich hab noch einen Kill. Hab ich. Let's go. Lieder ne Donnerschrotflinte. Stark. Du nimmst auch immer Taschenburgen mit. Ich lass die eigentlich immer liegen. Ich weiß jetzt. Fürs Endgame vielleicht, so weißt du. Das sind schon richtig, ne? Ach, da? Ja. Ja. Guck mal, die sind zwei, die Campner. Guck mal, ich geh jetzt einfach rein, okay? Ich komm mit. Den einen Chill-Crack. Stark, Bro! Komm her, ich Splash. Oh mein Gott. Oh, willst du unseren Modus, Junge? Wir haben schon 10 Kills, ne? 5-5. 5-5! Oh mein Gott. Crazy. Das wird spannend hier. Tilted sind bestimmt keine mehr. Ah, ich sag mal so. Oh doch, hier sehe ich Steps. Oh, Scrabbler. Aha. Oh, ich glaub hier waren da welche, oder? Ja, 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 ja. Da vorne, glaub ich. Oder in dem Gebäude gegenüber. Hier. Ja, ja, da oben irgendwie, glaub ich. Ja, 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 safe, safe. Da oben. Welche? Wo, wo? Da! Ja, ja. Es ist halt... Oh mein Gott, jetzt halt mich sogar. Ach, nachtiger. ja tatsächlich ohne impulses movie aber auch nicht und diese stelle wenn irgendwo impulses findet dann markiert die ich würde mir direkt sneaken ja ach so ok 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 wenn die ausspiel ist das gut oh mein gott hier ist ja gar nichts hier vorne bei mir ist noch einer er bei dir genau zwei stück noch gefunden wichtig ich will jetzt hier auch nicht verlieren also gewinnen müssen wir hier schon wichtig ich guck mal bei dir den klaue ich dir jetzt die klaue ich dir jetzt einfach warte den klaue ich dir jetzt 111er jawoll let's go aber hier ist lila ne pump für dich wenn er haben will ich weiß ja nicht wo ist noch einer wo 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 ach da vorne ungelogen ich gehe mir den jetzt holen hier habe ich den wir klären das schon oh aber sohn kommt direkt ne sind hier irgendwie oh stark bro die sind auch mega gut zu moven feier ich ich würde sogar fast sagen besser als impulses weil du viel weiter damit kommst na sagst du nicht schwierig oder kommt noch einer runter ich habe noch kurz mit getren oh hinter mir ich bin so schlecht oh mein gott wo kam er her leute oh mein gott wir haben es so verkauft oh mein gott oh mein gott oh mein gott